So, jetzt kommen wir aber zur zweiten Frage und diese Frage sollte eigentlich dir die Antwort geben, wie du das Ganze handeln solltest, weil am Ende ist es nämlich egal, ob sie dich als mega krassen Alpha-Typen auf einmal sieht oder ob du nur ihr Plan B bist oder ob du einfach nur der Rebound-Guy bist, der sie jetzt für ein paar Monate oder Wochen bespaßt, dass sie ein bisschen Spaß mit ihr habt, damit sie über ihre Beziehung wegkommt und dann halt zum nächsten überspringt. Also, soll ich mich darauf einlassen oder glaubst du, dass diese Frauen mir eher eine Art Notlösung sehen? Also Frauen. Ich drücke es mal so aus. Du hast sie vor, keine Ahnung, egal, ich gehe mal davon aus, weil du gesagt hast, Uni-Zeit und so. Also, du hast sie vor drei, vier Jahren kennengelernt. Dort hatte sie die Chance oder hast du ihr die Möglichkeit gegeben, ich hoffe mal, dass es so war, okay? Hast du dir die Möglichkeit gegeben, mit dir was anzufangen und am Ende des Tages natürlich, Moment, ich mache es mal sehr kurz zu, am Ende des Tages natürlich mit dir eine Beziehung einzugehen? Diese Möglichkeit hat sie nicht wahrgenommen. Das heißt, sie ist weitergezogen, sie ist für jemand anderen entschieden. Jetzt entwickelst du dich als Mann, theoretisch, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast dich weiterentwickelt, du bist aufgelevelt, etc., etc., etc. Frage Nummer eins. Warum solltest du einer Frau, die schon mal die Chance hatte, mit dir zusammenzukommen, jetzt nach, sogar nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, okay, damit, also ich mache es noch expliziter. Danke dir, mein Lieber. Ich mache es noch expliziter, sogar nach einem halben Jahr, okay? Warum solltest du ihr die Chance geben? Weil wenn du, und damit kommen wir übrigens wieder zu dieser Thematik auch gleich, also damit beantworte ich auch diese Frage mit Ex zurück oder nochmal mit einer Frau versuchen, mit der du schon mal was hattest, etc. oder mit einer Ex-Frau oder was auch immer. Warum solltest du auf die Idee kommen, nochmal mit einer Frau was zu versuchen oder ihr nochmal eine Chance zu geben, eine zweite Chance, wenn du aufgelevelt hast? Denn aufleveln bedeutet, du hast bessere Optionen, du hast mehr Optionen. Es gibt also keinen Grund, daran zu denken, es mit ihr nochmal zu probieren. Denn die nächste Frage wäre, was bringt sie mit, dass du sagen könntest, sie ist immer noch meine beste Option, die ich habe? Das Aussehen, weil du ja sagtest, die sieht brettmäßig aus. Denk dran, das sollte kein Grund sein, zumindest für eine Beziehung. Also auch hier scheitert das Ganze, weil du ja weitergekommen bist, du bist ja aufgelevelt. Hinzu kommt noch eine andere Sache, das wäre jetzt so mein Ding. Denk dran, in dieser Zeit, wo sie verschwunden war, wo sie weiter gedatet hat, waren andere Typen dran. Haben sie andere Typen markiert? Sei es auch nur dieser eine Mann, mit dem sie, sagen wir mal, du hast sie kennengelernt und dann hat es nicht mit euch funktioniert oder sie wollte nicht. Kurz darauf ist sie mit ihrem Ex-Ehemann zusammengekommen und das war der letzte Typ, den sie hatte. Es wäre ein schlechter Deal, wenn du sie zurücknimmst. Da wären wir wieder bei der Thematik, vor drei Jahren hattest du noch die Möglichkeit, einen Wagen neu zu kaufen, mit 1000 Kilometer drauf, für 50.000 Euro. Und drei Jahre später kommt der Verkäufer und sagt, ey, jetzt kannst du das Auto haben. Jetzt sind 50.000 Kilometer drauf, aber der Preis ist derselbe. Dann würdest du auch nicht sagen, naja, klar, nehme ich. Weil das Auto gefällt mir und ich wollte schon immer mal ein was auch immer fahren. Ja, ich zahle auch den Neupreis dafür, kein Problem, auch wenn 5000 Kilometer drauf sind. Also so oder so machst du immer einen sehr schlechten Deal bei sowas. Das heißt, egal, als was sie dich sieht, wenn du aufgelevelt hast und weitergekommen bist und was aus dir gemacht hast, gibt es keinen Grund, ihr eine Chance zu geben. Warum? Weil sie nichts bieten kann, was andere Frauen auch nicht bieten. Und deswegen kann es dir egal sein, ob sie dich als Plan B sieht, als Rebound Guy oder als den ultimativen Alpha Chat. Also, das ist jetzt meine Meinung, ja. Du wirst dir keine Chance geben. Entweder, weil du aufgelevelt hast oder weil dir bewusst wird, okay, Moment mal, ich hatte, also vor drei Jahren habe ich dir die Möglichkeit gegeben oder vor einiger Zeit habe ich dir die Möglichkeit gegeben, in mein Leben zu kommen. Warum? Wollt ihr sie nicht? Und jetzt kommt sie wieder, nachdem Haufen, wenn sie auch geil aussieht, machen wir uns nichts vor, nachdem Haufen Typen nochmal über sie rübergerutscht sind, soll ich sie jetzt wieder zurücknehmen? Ganz schlechter Deal für mich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, sie wird das niemals respektieren, weil Frauen wissen, sie weiß, was für ein Deal sie ist und sie wird niemals Respekt vor dir haben, wenn sie zurückkommt und du sie eine Chance gibst. Egal, ob sogar die erste Chance, also gut, die erste Chance war ja, dass ihr zusammengekommen, dass du quasi sie approached hast. Also, dass du auf sie zugegangen bist und gesagt hast, hey, lass mal Nummern tauschen, lass uns mal Zeit verbringen, etc. Das war ihre Chance, das war deine Jagd. Du bist rausgegangen, hast ihr die Chance gegeben, sie hat Nein gesagt. Das heißt also, du nimmst ihren Frame an, der heißt, ey, nimm mich zurück, mit mehr Kilometer drauf. Und dann, sobald du es getan hast, weil du ja als Mann sagst, ey, zweite Chance, so wie wir Männer ja sind, sagt sie sich, kommt das Fax, und sagt, und das von dem Fax steht drin, was ein Loser. Der geht so einen Deal ein, das scheint kein qualitativer Mann zu meinen, weil ein qualitativer Mann würde niemals so eine Frau an seiner Seite nehmen. Also, so oder so, am Ende des Tages wirst du ihr keine Chance geben. Sorry. Egal, ob es eine 10 von 10 ist oder sonst irgendwas. Weil einfach zu viele Gründe dafür gegen sie sprechen. Nochmal, sogar wenn sie dich als Alpha-Chat des Todes sieht, wenn sie sich richtig krass Mühe gibt, dir die, was weiß ich, was zu Füßen liegt, unwahrscheinlich. Weil du nämlich dann in dem Punkt so weit bist als Mann, der sagt, warum sollte ich, ich habe so viele Optionen. Alle anderen Frauen machen genau dasselbe. Und alle anderen Frauen nehmen die erste Chance schon wahr und sagen nicht, ja, nee, will ich nicht, aber hey, ich komme wieder, wenn ich 30 bin, wenn mein Sexualmarktwert bergab schon auf dem Weg nach unten ist und zwar schon, ne, und dann kannst du mich gerne haben. Weil die gute Seite haben die anderen von mir bekommen. Die Eiscreme wurde schon abgeleckt von allen anderen. Jetzt kannst du ja die Schokolade haben. Aber die schöne Sahne oben, das Gute, in meinen prachtvollen, leckeren Zeiten, da durften die anderen ran. Kann man nicht trotzdem Spaß haben mit ihr und wenn sie dann weiter will, einfach lassen. Ich habe nicht gesagt, dass du dich nicht auf sie einlassen sollst. One-Night-Stand, F+, klar, mach. Zwischen Daten und feste Beziehung ist, es liegen Welten. Klar kannst du dich auf sie einlassen. Aber wir reden jetzt hier natürlich von was Ernsthaftem. Also so habe ich es verstanden. Weil, also wenn ein Mann diese Frage stellt, dann gehe ich davon aus, dass er jetzt in Richtung was Ernsthaftes geht. Weil die Frage, soll ich sie daten, soll ich mit ihr ein F-Plus haben? Ja, natürlich. Safe. Solange sie entspannt ist, solange sie keinen Terror macht, spielt es keine Rolle, was ihre Vergangenheit ist, wie alt sie ist, was sie für Red Flags mitbringt. Irrelevant. Kannst du machen. Das ist verständlich. Das Wichtigste, worum es am Ende geht, ist Beziehung. Und da musst du sehr, sehr, sehr gut aussortieren. Und dir gut überlegen, wen du an deiner Seite nimmst. Nicht so krass, wie Frauen das machen, mit ihrer Anspruchsliste. Aber trotzdem. Es ist fatal zu sagen, boah, ja, sie ist eine 10 von, sie sieht mega heiß aus und ist Topmodel des Todes. Ja, nehme ich auf jeden Fall.